So, liebe Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Videotagebuch von Daniel Harter. Wir sind hier bei der CD Release Tour und spielen heute in Burbach-Holzhausen, die Metropole. Und Marty, wie findest du das? Gut. Ja, wir sind sehr gespannt und zum ersten Mal quasi performen wir diese Lieder live und wenn ihr nicht dabei wart, Pech. Aber vielleicht könnt ihr hier ein bisschen reingucken und dann kriegt ihr ein bisschen was mit. Gleich geht's los, Elias! Ja! Wo sind wir denn heute? Oh, das war jetzt gar nicht, doch in Burbach. Ja, wie ihr sehen könnt, ist hier, wo man sieht nichts, aber es sind viele Leute da. Aber es ist, der Stall ist am Tanzen. Und wir sind ja gespannt, dass das erste Konzert heute hier haltet. Wir gucken, welche falsche Töne wir zu spielen. Ja, da bin ich dann auf der Webseite vermerken, wenn ihr welche Kunden habt. Ja. Ansonsten, nein, wir sehen uns einfach schreiben, war gut. Ja, Gäste buchen, freut uns immer. Egal ob es schlecht war oder nicht. Hat uns schreiben, es war toll. Danke. Immer ehrlich sein, nicht lügen. Das ist ganz wichtig. Wir sind hier, den Moment dieser Geschichte schreiben. Wir, wir sind hier. Und wie sich das dann auch wendet, die Geschichte endet. Wir sind hier. Oh 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 Die ist nämlich wunderschön. Die ist wunderschön. Ja, die ist echt wunderschön. Ja, das kannst du also empfehlen. Ja, das kann sie schon empfehlen. Das kann sie empfehlen. So, liebe Freunde, zwei Tage sind schon vorbei von unserer kleinen CD-Release-Tour. Und es ist Sonntagmorgen und wir chillen, wir haben gerade zwei Stunden gefrühstückt und Silas hat gerade seine E-Mails beantwortet. Ja, die hab ich. Und ihr müsst mal Martin sehen, den haben wir ganz schön fertig gemacht. Rock'n'Roll ist halt Rock'n'Roll, ne? Und so sieht der jetzt aus. Ich finde den ja gar nicht so lustig. Aber wir hatten eine gute Zeit. Lumersbach gestern war ganz toll. Volles Haus. Begeisterte Leute. Haben schön mitgemacht, auch schön gesungen. Großeloup an euch. Und wir freuen uns auf heute Abend. Großstadt-Wölmersen ist angesagt. Party, Party in dem Haus. Und ihr seid mit dabei. Wir sind hier. 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 Aaron- Musik Ist heute der 60. Januar? Ja, ja. Herzlich willkommen meine Damen und Herren, heute hier beim Allianz-Kontest-Dienst. Heute ist der 16. Januar und draußen scheint die Sonne. Und hier ist Katja Zimmermann, morgens um 8 Uhr. Mann sieht die gut aus. Frühstück, Frühstück, Frühstück. Das hier ist Tobias, unser talentiertes Klaviertalent. Und ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Superkerl, superkerl. Morgen! Das hier ist Daniel Radomski und er spielt Gitarre. Ja, genau. Und wir machen hier mal Equipment-Vorstellungen. Ja, ja, Equipment-Vorstellungen. Und zwar? Wir haben diese wunderbaren Cases hier. Ja. Absolut fantastisch. Super. Aber das wirklich Tolle ist dieses Gerät hier. Ja. Ein Vox AC-30. Da habe ich den großen Daniel Harter nachgekauft. Dass ich es, der hat, brauche ich auch. Nur, dass seiner... Scheißegal auf die Sache. Genau. Seiner wiegt 100 Kilo, meiner nur 50. Deswegen. Und das hier hat er. Schönes Ding. So. So. Dass ihr alle wisst, wie er diesen schönen Sound zaubert. Und natürlich hier Gretsch. 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 Man sieht ihn bitte. Unglaublich. Das sind die Schokoladenseiten des Lebens quasi. Im wahrsten Sinne. Ich habe zwei Stunden ohne Kaffee ausgehalten. Unglaublich. Und jetzt ist es soweit. Jetzt ist der Kaffee aus. Danke, Regina. Ja, ich hatte schon zwei Kaffee heute Morgen. Also wir gleichen uns aus. Liebe Freunde. Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart beim Videotagebuch von Daniel Harter. Und der CD-Release-Tour. Haha. Haha. Der Silas hatte Spaß. Der Luki. Hier. Der Knopf, der geht nicht zu, weil ich zu dick bin. Haha. Cool. Ja. Und wieder habt ihr was Neues gelernt hier im Videotagebuch. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Yeah. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf jeden Fall. Ja, allerdings. Und äh. Haha. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Ciao.